Ein Job für Leute mit chronischem Durchfall. Suchen dringend mehrere Damen und Herren zur Besetzung unserer öffentlichen Toilettenanlage. Die Klinik der kurzen Wege vom OP-Tisch direkt in die Kiste. Friedhof des sächsischen Krankenhauses als Schermitz. Na bitte, wenn das kein Beweis ist, Werbung führt zum Erfolg. Firma Siebel meldete Konkurs an. Was für eine Art Mann ist er denn nun, der Herr Copperfield? Damit die Spekulationen ein Ende haben, lässt der Meister jetzt in einer Fernsehshow die Hosen runter. Zusammenfassung der besten Nummern des berühmten amerikanischen Magiers unter Mitwirkung von Claudia Schiffer. Da kann nur eine dumme Kuh dahinter stecken. Achtung Schafherde. Es kann durchaus seine Vorteile haben, wenn man mit den Händen sehen muss. Bauchtänzerin beim Blindenstammtisch. Facelifting. Bringt das was? Hier können Sie die Probe aufs Exempel machen. Eine Gesichtshälfte gratis zum Kennenlernen und Vergleichen. Kaum da und schon muss man sich selber melden. Neugeborene bitte Leute. Bei diesem Pizza-Service kommt man als Fahrer voll auf seine Kosten. Bei einer Bestellung bis 25 Mark berechnen wir eine Anfahrtspauschale von 2 Mark. Bei einer Bestellung bis 40 Mark eine Anfahrtspauschale von 2 Mark und eine Flasche Wein. Und hier noch eine Diebstahlanzeige aus der Reihe Unerklärliche Begebenheiten. Unser Toilettenfenster ist so klein, dass gerade ein Kopf durchpasst. Trotzdem gelang es dem Dieb, das Sportrad unseres Sohnes hindurch zu bringen, was uns rätselhaft ist. Klaus Klaus